Alter Walter! Endlich ey! Willkommen zurück zu Benchotui! Oh, hab ich lang versucht, dieser Puzzle zu bekommen! Es geht bestimmt auch anders, aber ich wollte es genau so holen! Mama mia! Also eine halbe Stunde Hockey schon mindestens 10! Alter! Wow! Aber geschafft! Ich habe ihn nicht aufgegeben! Plüsch! Speichern! Sicher, sicher! Gott! Das war hart! Aber richtig hart! Jetzt geht es weiter! In diese Richtung! Rebejo und Kazooie! Denn unter Wasser hat man kurz gesehen, da war noch was für Kazooie! Die man die neuen Fähigkeiten gelernt haben! Auch gleich einsetzen kann! Mann, Mann, Mann! Der Pusteteil! Oh, der Fisch hat doch auch noch ein Pusteteil, oder? So, ne? 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 Granate! Ähm... Aua! Granate! Eis! Ah! Eis ist unter Wasser sehr gut gefragt! gut zu wissen und gleich das nächste jawohl nein falsche knopf und schwimmen und schwimmen und schwimmen ja eine welt die ich jetzt schon hasse diese welt und deswegen hole ich jetzt nur noch die eiseier ganz schön neuglich raus hier ob die post schon schon abgeholt sehr schön dieser position nicht gehabt ich rischiere alles oder ja mein fehler hat jedoch was und nicht die haben wir schon okay wir haben immer noch nicht den globo da noch such wie jetzt dazu müssen wir jedoch mal raus ganz raus es liegt aus dieser welt raus sondern hier raus kippen können wir auch noch mal vorbeischauen oder nein schmarrn ufo nicht vergessen ufo aliens ich komme da ist immer noch ein chinchu den kann man leider nicht wirklich später holen also ich würde zu tun ist zu schaffen was auch ganz sicher ist so einmal ein wertvolles ufo das sind wirklich aliens alüchen auf w w w w w w w w Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sitzen also der Patsche! Was ist mit dir? Also Kazooie! Das ist glaube ich ein Fake-Chinchu, genau. So, die haben gesagt, die brauchen Eis. Da hilft nur Eis-Eier. Die haben wir zufälligerweise. Zwei. Drei. Vier. Bevor ich abhaue. Sehr, sehr cool. Okay. Wo ist der Ausgang? Ah, okay. Sehr schön. Ganze melt. Sehr, sehr schön. sehr schön aliens haben wir jetzt geholfen und holen uns diese pustel ab einmal abholen dann gehen wir dies wie es zu faul extra rauszugehen teleporter zu benutzen das wirklich durch so hier gab es auch noch was zu tun haben wir frage ist auch wo waren wir schon hier waren wir doch nicht okay dann müssen wir das meiste schon erledigt haben kasui danke gut wir alle elektro alle verbrannt zeigt schön schön und ich lass mich auch noch treffen ok echt nichts nee es ist kein explosiv ist hauptsache die falsche granate genommen also ei aber nein kein ex ich habe es gesehen habe es gesehen habe es gesehen hier oben echt nicht ist es ist wurscht wirklich wurscht nicht vergessen kein bock alles auch mitzumachen beibringst du hast du da hinten schnackst du hast du da hinten schon sie haben wir da hinten schon und ein posten eventuell zwei eventuell und dann bist du diese weltleiter schon verlassen und später einmal wieder zurück aha das sieben und da ist auch schon ein bus nur ach die kamera wie gesagt zwei können wir holen das oder eine so klopo bist du klopo hier ist doch klopo oder nicht ich will doch das war ein gemein versteckt und sie schwimmt im wasser ok muss ich das verstehen nein ist hier noch ein honig wacke ich glaube du musst bei mir ein bisschen saugen staubvertacke natürlich ein u boot ja gleichmals selbst getroffen wohin denn raus aus der steuerung der steuerung ist ekelhaft so ja teleporter wo ist der teleporter hier nein hier 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 pinntöne da war ja noch was wenn ich mich nicht direkt erinnere ein mini spiel sogar hatte wo ah ja hier ist eine ach kommmann hä ok da hat irgendwie kasui dann müssen wir hier noch einmal hier aber wir müssen hier rüber da konnten wir mit Pichkasui nicht runter aber richtig ja 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 Uie okay postzlo wo bist du ach kommmann Das ist doch hier, oder nicht? Lass mich doch nicht verarschen. Lass mich doch nicht verarschen. Ah, ok. Soll ich? Füttere bei nein. Füttere bei nein. Wir müssen es so wissen noch mal her, also daher. Wenn hier wirklich die letzte Cheatless-Zeit sein soll, dann wissen wir schon wo. Ja. Ok. Dann einmal zurück verwandeln. Bitte. Oh. Immer die Genauigkeit. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nein. Nein. Ok, da nicht. Im Versuch des Schiffes war da auch noch was. Dann muss ich doch noch mal nachschauen. Ähm. Hier geht's. Klappich rein. Ja. Sehr schön. Abgeschossen. Sehr schön. So. Wir holen noch den Honigwarb. Ne. Die Honigwarb. Dann holen wir noch. Wir schauen noch bei dem versunkene Schiff, ob wir da was verpasst haben. Und sonst, ähm. Hier schon ab in die nächste Welt. Yay. Ach, come on. Wo ist der Ausgang? Hier. Was ist der Schiff? Nummer eins spinnt. Er den spinnt. wo hat es nicht so aus der eier hatte nicht so viel gut da haben wir das auch noch geholt die position da zum schiff und dann heißt es heraus hier aber wirklich raus hier mama aha 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 sie mal einer Nein. Ok. Oh, beide getroffen. Aha. Sehr schön. Dann gehen wir auch hier gleich mal raus und dann in den weißen Chinchou Haus. Und da gibt es wirklich nur einen weißen Chinchou. Ah, ok. Automatisch. Ähm. Dann gehen wir... Ja, trotzdem hier raus. Dann machen wir die eine weg, alles mal fertig. Genau. Weil hier war ja auch noch was zu tun. Ähm. Diese Gebäude hier. Oder auch nicht. Ja. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Nein, nein. Ab die Post. Wo ist die Trämporte? Ja. Ein- und Ausgang. weil der Tief Child ist. Gut. Nun kommt es hier rein... In der Richtung der nächsten Welt. ok liebe zuschauer ab hier geht es in der nächsten part erst weiter wenn es euch gefällt hier liegt noch eine note den holen wir schnell dann lasst gerne einen daumen hoch da abonnieren bitte nicht vergesse ich will mich mega freuen jetzt bin ich hier umsonst und sonst bis bald und ciao